Ich heiße Julia Herrmann und mache meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Ich habe mich für eine Ausbildung hier entschieden, weil ich auf jeden Fall mein Praktikum gemacht habe in dem Beruf. So bin ich auf den Beruf gekommen und speziell aufs Autohaus Säger bin ich eigentlich so gekommen, weil meine Oma hier Kunde ist und mir mitgeteilt hat, dass hier ein Ausbildungsplatz frei ist und ich mich dann einfach hier beworben habe. Die Haupttätigkeiten beim Autohaus Säger sind einmal an der Zentrale, der Kundenkontakt, Kundenautos annehmen, ans Telefon gehen, Termine ausmachen, in der Buchhaltung werden die Mahnungen verschickt, werden unsere Rechnungen gebucht und wird der Personalstamm verwaltet. Die Auszubildenden werden beim Autohaus Säger auf die Prüfung vorbereitet, in dem sie einen IHK-Kurs machen können und auch im Betrieb ein bisschen auf die Prüfung vorbereitet werden und man kann verschiedene Seminare machen, wie jetzt zum Beispiel soziale Kompetenzen. Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement kann ich noch weitermachen und zwar indem ich einen Betriebswirt oder einen Fachwirt mache. Das Besondere am Autohaus Säger ist eigentlich, dass man ja wirklich viele Abteilungen durchläuft und anschaut und dann alles eigentlich wirklich einen Einblick kriegt und allgemein komme ich schon immer sehr gern zum Arbeiten, auch weil ich mit den Kollegen einfach gut auskomme und weil es mir einfach allgemein wirklich Spaß macht hier zu arbeiten.